Konkurrenzkampf, aber ich bin davon überzeugt, Konkurrenz hält sich am Leben. Ein Wettstreit um Ruhm und Erfolg, jeder gegen jeden. Enger, tiefer, alle Mittel sind erlaubt. Willkommen beim Komet 2010. Wir sind halt Rockstars, Sie können es sich erlauben. Ja, gleich Klubs, ja. Und wer nicht die Geschichten hat, um im Gespräch zu bleiben, hilft einfach mit dem Outfit nach. Bei so viel Aufmerksamkeit platzt man schon mal vor Stolz. Oder der Anzug. Ja, der Anzug ist sehr eng, deswegen muss man immer schauen, dass es richtig sitzt.